Wir sind zurück hier bei Bowsers Feudy. Oh, der sieht gut aus. Bei weiteren sechs Insignien der Katze können wir wieder catchen. Und Bowser eigentlich gerne reinzimmern. So, aber erstmal hier. Ein Insignien flog durch den Forst auf Zeit. Boah, aber kann der nicht einfach cheaten? Nein, man kann nicht überall cheaten. Ganz, ganz ruhig. Okay, dann ist er gut. Sorry, Mann. Hopps. So, hopps. Oh, 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 oh. Easy going. Yay. Voll cool. So, alles klar. Jetzt aber schon, da habe ich irgendwo die Wutblöcke eigentlich übersehen. Hier sind aber schon einfach Wutblöcke wieder irgendwo. Aber Bowser sieht noch, okay, er könnte bald wieder ausrasten. Da würde ich auf jeden Fall wieder Wutblöcke benutzen. So, ich gehe mal wieder zum Tor. Nur um zu gucken, welche Quest jetzt ansteht. So, wartet. Hm? Äh, gar keine. Verstehe. Also auch wieder irgendwo Wutmäßig. Ja, ja, ja. Da können wir wirklich bald eigentlich hier hoch wieder fahren, in dieses Gebiet, um mal zu gucken. Hm. Hm, Jagd auf Blöde Münzen, trügerische... Ach, ist jetzt hier eine Quest oder was? Ist die jetzt da? Ja, guck mal, hä? Die war vorhin, aber am Ende vom letzten Part war die noch nicht da. Vielleicht schalten sie sich erst frei. Okay, ich habe jetzt auch 45. Oh, und Bowser. Oder ist sie jetzt, weil Bowser gleich da ist und deswegen Wut? Nee, eigentlich ist ja das... Gegen die Zeit, pass auf, wo du hintrittst. Nee, doch. Okay, die Missionen schalten sich nach und nach frei. Okay, aber lasst erst mal, Bowser, kurz mal seinen Zorn freilaufen, damit wir den hier kaputt kriegen, ne? Okay, das wäre eigentlich schon mal so ein Schnappschuss wert, ne? Guck mal, ey, ist das geil? Wenn man hier so guckt, so... Alter, richtig schöne Fotos machen, obwohl es ein bisschen gruselig ist, aber es sind tatsächlich dieselben... Warte mal. Sind das... Es sind doch dieselben Stempel wie Dings, oder was? Nee, halt, jetzt sind ja jetzt hier... Äh, jetzt sind doch die, die... Hä, die Filter, will die gar nicht jetzt auch nicht. So. Und, äh, Stempel hinzufügen. Achso, geht gar nicht. Doch. So. Und jetzt Stempel switchen. Sind dieselben, aus denen wir auch alle freispielen haben? Ja. Okay. Warum sind die so komisch? Warum... Sind die rotiert? Egal. Abbrechen. Nee, denn nicht. Bin doch kein Schnappschuss. Wo ist du denn jetzt hin? Bowser Junior? Ach, ich kann ihn... Ach, ich kann ihn da hinschicken. Und ihn ein bisschen verarschen. So, Bowser Junior. Mario verarscht mich, Papa. Wutsch! Oh, oh. Jetzt rastet er wieder aus. So, ja, dann machen wir hier noch. Ne, gegen die Zeit. Da sehe ich auch schon den Schalter. Dann ist nämlich auch dieses Gebiet hier komplett. Und dann sind überall die Fahnen gehüsst. Na, dann hat Bowser keine Chance. Aber ich heute noch die 50, den Siegen hier zusammenkriege. Oh, oh. Oh, Bowser rastet aus. Wow. Mario, du ärgerst meinen Sohn. Nee, nee, Mike nicht. Sorry. Jetzt kommt der Hyperstrahl. Wutblöcke zerstört. Und Bowser wieder anleuchten. Wie überall diese Wutsteine oder was auch immer das sind, die kommen überall aus dem Boden und können mitunter als Brücke benutzt werden oder so. Nicht schlecht. Aber war bisher noch nicht nötig. So. Easy. So, jetzt auf Zeit. Pass auf, wo du hintrittst. Und dann ist das alles komplett. So, jetzt kann ich vielleicht noch ein nützliches Power-Up mitnehmen. Nö, nicht wirklich, Mann. Okay, äh. Aber was heißt denn jetzt? Ich meine, ich kenne doch den Weg. Oder? Oh, okay. Der Weg hat sich ein bisschen geändert. Boah. So. Ja. Uff. So. Pass auf, wo du hier hinlatschst. Wuuu. So. Aua. Schön, jetzt schieft das, Mann. Ein bisschen weit gesprungen. So. Nein, nein, nein. Halt. Wartet, wo geht's lang? Boah. Jetzt knapp habt ihr das gesehen. Richtig knapp. Okay, wartet, wartet nochmal. Jetzt schaffen wir aber. Die Wabos so unsicher. Jetzt wissen wir ja Bescheid. Also. Tchuh. Ihr könnt sogar, glaube ich, mit den Katzen dazu richtig, richtig cheaten. Aber nee. So. Jetzt ganz ruhig. Ganz ruhig. Ja, Bruder Junior, könnt ihr mir jetzt verhelfen? Könnt ihr mir jetzt verhelfen? Aber macht dann natürlich nicht. Ich bin ja auch ganz doof gegengebauen. Und das war natürlich auch wieder mega schlecht von mir. Ich weiß. Uff. So. Die Möwe zeigt mir auch schon, wo ich hin muss. Easy going. Yeah. Pass auf, wo du hintrittst. Abgeschlossen. So. Schnell kleines Fähnchen hissen. Und dann weg hier. Du, 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 du. Ah. Cool. Ah. So. Uff. Ey, Bowser ist schon wieder gleich am Ausrasten. Mann, Bowser, warte nochmal. Ich wollte doch gucken, ob hier nochmal irgendwelche... Hier sind aber schon auch wieder Wutblöcke. Ah. Ja, die würde ich auch gerne zerstören. Haben wir überall alle Wutdinger zerstört bisher. Mann, Bowser, was wird denn das jetzt? Bowser, ist das denn dein Ernst? Jedes Mal. Ich bin Mad. Wirst du aber mit der Himmel auch irgendwie immer wütender und immer brutaler? Ich glaube, fast schon, ne? Das ist halt natürlich hier nirgendwo. Ich glaube, es ist hier natürlich nirgendwo, äh... Wirst du? Red Plessis! Wow! Alter! Okay. So. Warte mal. Ich bin jetzt mal auf der Insel hier. Kann ich hier irgendwo gucken, wo Wutblöcke sind? Da! Da sind sie doch schon! Durchschwurbeln. Beben, beben, beben. So. Okay, es ist egal, ob ich getroffen werde. Ist egal. Alter! Ich glaube, hier hat sich jetzt auch die letzte Mission freigespielt. Es ertönt eine Nachricht von der Gigaglocke. Die Wut des Bosers ist zu groß geworden. Das Licht der Katzeninsidien kann sie nicht länger in Schach halten. Oh! Oh! Oh nein! Was machen wir denn jetzt? Bowser Junior! Du, 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 du! Oh, du! Okay, jetzt hat man ihn getroffen. Sehr gut. Warte, warte, warte. In's Merz. Oh, oh. Oh, oh. Bowser strahlt. Wow! Was meinet ist gegen Bowser? Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Ich, ich tunnel ihn. Wow! Oh, 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 oh. Nimm du. Woo, ne, didel, 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 wow. Alter, hier sind neue Wege entstanden. Durch Bowser's. Ich hab' einfach Angst. Bis hin, Mario, ganz ruhig. Du, du, du. Alter, yeah, wo ist denn hier hin? Oh, oh. Ah, wow. Oh, du, du. Okay, okay. Alter, jetzt richtig viel, ne? So, hihi. Okay, ich weiß jetzt echt nicht. Wow! Ähm, ähm, ähm. Boah, die ganzen, ganzen, die Spuren hier überall. So, also wir haben hier ja überhaupt keine Insignie mehr. Wenn dann halt hier oben. Ähm, Wutschatten auf dem Eis. Ah, muss ich wieder Luigi fangen? Ja, aber, ja, ich kann ja die Glocke nicht aktivieren halt, ne? Oh, du, 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 du. Warte mal, ich muss mich schnell ausrüsten. Power up! Oh, yeah! Cool, geht der mir einfach so. Jung, du, du, du. Okay, was machen wir denn jetzt? Weil der muss irgendwo Sterne sammeln. Zwei Stück noch, erst dann kann ich aktivieren. Ein Gluck Bowser wartet nicht so, der haut an der Weide auch wieder ab, ne? Du, 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 du. Ich brauche ich den Weg. Du, du, du. Ba, dem. Schon alles episch gemacht, ey. Du, 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 du. Aua. Oh, ein sichbarer Weg, verdammt. Du, du, du. Nein, der, der, der immer genau in meine Richtung strahlt. Fies. Aber ist kein Problem. Du, 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 du. Da müssen wir doch irgendwo mal einen einfacheren Stern holen. Das geht so nicht. Hey, jetzt kann ich hier hoch. Als Abkürzung oder was? Nnnn, tschung. Boah. Oh, seine komischen Finger. Warte mal, Power up. Tada. Tada. Du, 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 du. Nju. Alter, wie sie immer den Weg stellt. Ähm, du. Vorsicht, die Kralle. Nju. So, okay, wo bin ich jetzt hier? Du, 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 du. Gibt es hier irgendwo einen Stern? Lass die Leuchtung stahlen. Das bringt doch nicht sterben. Mua. Alter. Du, 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 du. Nein, der macht schon wieder Wut. Bosa, hör doch mal auf jetzt. Wie kann ich? Ich bin einfach viel zu gut. Okay, hier ist jetzt irgendwie, das ist jetzt glaube ich keine gute Idee. Ich gehe jetzt an so einer Stelle, wo ich auch warten muss. So, jetzt kann ich aber hier abkürzen. Wow. Alter, der Bosa ist einfach komplett verrückt. Das kann nicht sein, Bosa hat glaube ich komplett den Verstand verloren. Und ich bin tot. Einfach abgerutscht. Alter, voll fies. Wow. Alter, ganzes Geld weg. Man verliert 50 Münzen. Okay. Ich glaube, das war jetzt der einzige Moment, ihm irgendwie zu entkommen, oder? Ja, okay, gut. Alter, krank. Ich konnte echt nichts machen. Hätte ich jetzt echt die letzten beiden, äh, hätte ich jetzt die letzten beiden Sterne einfach so einsammeln müssen, oder wie? Didi, didi, dum, 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 dum. So, na gut. Nein, der wird schon wieder wütend. Der wird echt schon wieder wütend. Alter, okay, ich brauche halt noch zwei Insignien. Vergisset, Mann, bist du schon. Nein, es ist Mario gerutscht. Oh, ich wollte mich wegducken. Ich wollte mich wegducken unter dem Strahlen. Und dann war aber wegen der Schräglage ein bisschen runtergerutscht. Da hat Mario erst mal seinen S-Slide ausprobiert. Ah, meine, das habe ich dann natürlich schon überall, sag ich jetzt mal, so die, die kleinen, effektiven... Ich könnte jetzt mal wieder los. Okay, Leute, hier ist echt eine beschissene Stelle, glaube ich, um nach den letzten Sternen zu suchen. Pessi, wo bist du? Stoop. Gehen wir mal zu einem einfacheren Gebiet. Ah, der ist doch richtig hart. So, ähm, ja, okay, das war der letzte Gebiet. Ähm, dä, 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 dä. Wie gesagt, hier müsst ihr halt Wutblöcke finden. Oder hat noch was andere... Alter, wuuh. Mario, komm mal her. Hä, das ist eine Katze. Okay, gut zu wissen. Oh. Dann kann ich hier irgendwie... Ja. Kann ich hier nicht mehr hoch? Höh? Uff. Warte mal, sch... Na, sch... Hm? Boah, hier sind überall Kätzchen. Du brauchst 50. Ja, ich will. Ich will da jetzt mal gucken. Ah, doch, Mario, du Trottel. Au. Okay, so, wir haben eine Riesenkatze. Kurz mal Power-Up snacken. Auje. Ja, Bowser rastet aus. Versteht dich, Mario. Boah. So, wo kriegt das noch zwei Insignien her? Die kann ja so schwer sein. Da hinten leuchtet eine. Ganz groß. Boah. Du, 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 du. So, wie komme ich denn da hin? Wo ist denn die überhaupt? Die ist irgendwie hier. Äh, der müsste ich wieder über den Wasserweg? Verdammt, ich bin ja komplett falsch. Hm? Du, 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 du. Ja, bam, bam. Obwohl, vielleicht klappt es auch hier. Hä? Ja, nee. So, hier ist einfach auch wieder ein Gebiet. So, okay. Sprunghafte Wutschatten. Du, Luigi. Du, du, du. Ich muss ihn schnappen. Hm, hm. Au, je. Und am besten noch gleich die ganzen Medaillen hier einsammeln. Alter, das Ganze jetzt hier während so einem Kampf, Alter. Oh. Ist schon echt übel. Nee, du, du. Aber ich werde es schaffen. Du, 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 du. So, schön den Stern hier mit Luigi. Und durch die Insignien, denn... Dann ist das kein Problem. Ah, außer man sieht nichts. Du, du, du. Nein, wartet, wartet. Mit Power Up grabben. Wow, wow, wow. Alter, nee, kannst du vergessen. Er kommt so nicht rüber. Du, 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 du. Alter, bis jetzt nur am Feuer machen. Ey, konnte ich irgendwas anderes machen? Weil ich irgendwie glaube ich halt nicht, ne? Jetzt mal Health, Deep Star, Power Up verschleißen. So. Ja, Sprunghafte. Auf da, Wutschatten. So. Ein Stern noch. Das wird wieder nicht ausreichen. Ich weiß. Aber ich sammle die Medaillen ein. Die sind ja hier alle. Du, 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 du. Okay, wieder ein bisschen mehr Gebiet, Freiheit, aber... Ist mir doch egal. Ich raste komplett außen. Du, du, du. Au, je. Du, 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 du. Nein. Oh, shit. Tja, Mario, was machst du jetzt, hm? Auf Plessy hoffen? Plessy, hilf mir. Wo bist du denn? Tja, ist tu, tschu. Und dort. Du, 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 du. Okay, warte. Wow. Ich komme wieder hoch. Mario, gib niemals auf. Hm? Ja, außer natürlich, er verkackt sie total und kommt ja nicht mehr hoch. Hey, warte mal, das sind Wutdinger. Wir sind ja Wutdinger. Bowser, tu es, Mann! Yeah! Die 50. Insignia. Jetzt reicht's. Wenn ja nicht mehr anders geht, ne? Dann müssen wir jetzt wieder selber richtig ausrasten, bis er mal endlich sie verzieht. Ey, das gibt's einfach nicht. Oh! Schnell hoch hier. Da ist schon das Glöckchen! Schnell! Wie langsam Mario irgendwie läuft. Ah! Ah! Wow! Dorn! Das war scheißegal. So, ich muss mal wieder Power abnehmen. Aus Sicherheitsgründen. Swut! Das ist einfach so brutal. So! Jetzt werden wir brutal. So, Bowser. Kriegst du dich jetzt mal wieder ein? Hey, Bowser Junior ist dabei. War der schon die ganze Zeit dabei? Nee, oder? Aber der kann den Ding ja grabben, ne? Oh! War da richtig zur Zeit geschlagen. Voll krank. Aber ich muss ganz schnell dahin. Und... Alter, der ist so late on. Gegrabt. Oh! Haha! Oh, ja! Ja! Oh! Oh! Ah! Oh! Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018